Unsere Werkzeuge stehen immer noch im Vordergrund und trotzdem ist so eine Einrichtung sehr modern. Also es spricht jeden Kunden an. Also mein größtes Lob, was ich immer bekomme bei den Endkunden, ist immer, wenn ich die Türe aufmache und jeder sagt dann, wow, super, das Fahrzeug kannst du gleich hier lassen. Also in der Synergieeffekt ist hier absolut gegeben. Mein Name ist Thilo Baumann, ich bin der Anwendungsberater hier in der Gegend von der Pfalz bis hier in Nordlingen. Ich bin seit 33 Jahren im Unternehmen und ungefähr 25 Jahre im technischen Außendienst. Also meine Aufgabe im Unternehmen ist eigentlich diese technische Errungenschaft, die technischen Vorteile dem Kunden rüberzubringen, auch mit dem Kunden eventuell seine Problematiken anzuschauen, dann entsprechend die Lösungen zu präsentieren, die bei uns im Programm sind. Wir wollen ja nicht nur Preise verkaufen, wir wollen Qualität verkaufen. Und wenn ich dann mit dem Handel oder alleine rausgehe zum Endkunden und ich kann den überzeugen, dass ihm jetzt am besten geholfen würde, dann habe ich auch die gewisse Bindung zum Endkunden. Wir versuchen eben sehr viele Maschinen mitzunehmen. Da hilft uns diese Einrichtung, da sie sehr leicht ist. Sehr stabil, muss man auch dazu sagen. Wir haben sehr hohe Zuladung in den Schubladen. Mir ist es wichtig bei unserer Arbeitsausrüstung, dass wir auch schnell sind, weil letztendlich hat der Endkunde, den wir besuchen, ja auch nicht immer diese Zeit. Und da hilft uns natürlich die BOT Vario 3 sehr stark, indem wir eben auch schnelle Auszüge haben. Wir haben hier leichtes Equipment, es gibt wirklich zack zack, wir können die schnell umrüsten, wenn wir jetzt neue Maschinen bekommen, das Zubehör dann in die Schubladen mit einbringen. Also hier sind schon pfiffige Ideen von der Firma BOT mit integriert. Was ein großer Vorteil für uns auch ist, dass wir nur so ein gewisses Grundkonzept im Ausbau von den Fahrzeugen haben und jeder Anwendungsberater so für sich noch so seine persönliche Wünsche noch mit einbringen kann. Also hier ist auch die Firma BOT sehr flexibel und sagt dann, okay, dann machen wir den Schrank halt hier so oder machen wir die Schublade von der Seite. Das war bei mir dann zum Beispiel der Fall. Was ich sehr schätze, ist die Leichtgängigkeit. Wenn man täglich damit zu tun hat, dann weiß man, wenn eine Schublade gut und leicht aufgeht, dann weiß man das, das zu schätzen, wenn man mal einen Ausbau oder wenn man einen Vergleich hat, der schlecht läuft. Und dann macht das auch Spaß. Es muss Freude machen. Einfach zu sagen, hey, jawohl, super. Ich vergleiche das immer mit meinem eigenen Werkzeug, das man vielleicht auch privat zu Hause nutzt. Lieber mal ein paar Euro mehr ausgeben, dann hat man Spaß am Samstag damit zu arbeiten. Wie wenn man weiß, oh, jetzt muss ich das wieder rausholen und ach, man hat schon irgendwo so ein bisschen ein Kloß im Hals. Und so ist es auch bei der Werkzeugeinrichtung oder Fahrzeugeinrichtung. Das muss alles stimmig sein, das muss Spaß machen. Ich muss mir keine Gedanken darüber machen, wie kriege ich das dann nachher wieder rein und das klemmt oder sonst irgendwie. Das muss einfach Spaß machen. Und das muss ich sagen, das macht mit Boot, Fahrzeugeinrichtung richtig Spaß.